So, es gab den Mobile World Congress in Spanien und da gab es eine interessante Geschichte und zwar dieses Samsung Tizen-System zu sehen in einer Beta-Version. Das war dieses Linux-basierte, selbst zusammengeschraubte Betriebssystem. Und die Version, die sie jetzt da gezeigt haben, sieht so ungefähr zu 98 Prozent aus wie Android, was schon lustig ist. So, holt euer Popcorn jetzt. Samsung hat ja grundsätzlich das Problem, dass sie sich möglicherweise nicht so eng an Google binden möchten, dauerhaft, wie sie es jetzt gebunden sind. Und ein Ausweg könnte halt sein, auf eine komplett andere Linie zu schwenken und sie haben dadurch, dass sie Google-Partner sind, eben nicht die Möglichkeit, auf einen Nicht-Google-Android-Partner zu wechseln. Das scheint ja in den Verträgen drin zu stehen. Wenn du einmal, wenn du Google-Partner bist, darfst du nicht gleichzeitig Open-Source-Android-Geräte verkaufen und bauen, nicht mal bauen. Und wenn sie jetzt anfangen, was zu bauen, was zu 98 Prozent so aussieht wie Android, was irgendwie Facebook, WhatsApp und Skype-Clients hat, dann sind sie auf einem Stand, da sind sie wahrscheinlich vor Firefox OS. Und könnten Google das Geschäft oder die Verbreitung ganz schön kaputt machen eigentlich. Ja, und wenn, dann halt so jemand wie Samsung. Und es ist zwar ein bisschen absurd, dass sie dieses Ding jetzt erstmal in ihre Smartwatches reinkleben, aber das ist natürlich eine billige Möglichkeit mit irgendeinem Gerät, das sowieso keiner haben will, mal ein bisschen Erfahrung draußen in der echten Welt damit zu sammeln. Und, naja, ich meine, das ist ja irgendwie, das ist Debian, oder? Da hinkt er drunter. Irgendeine Linux-Geschmacksrichtung, ja. Also so auch was, was so halbwegs, was so halbwegs nicht irgendwie sich gerade jemand frisch ausgedacht hat. Ja, warum nicht? Und ich meine, es war ihnen halt wichtig, dass sie irgendwie nicht nur arm können oder nicht nur, weil das war ja irgendwie bei Mikro so ein Problem, dass sie halt irgendwie nur i3-86 oder irgendeinen Quatsch konnten. Und, ja, das könnte funktionieren. Also nachdem das halt nicht irgend so eine Open-Telefon-Hipster-Bude gebaut hat, sondern halt, ich meine, so wenig oder arg man halt Samsung mag, aber die sind halt doch einer der Größeren in diesem Spiel. Meinst du, dass das irgendwie für Google da mal eng werden könnte, dass sie diese Vormachtstellung, was die Stückzahl angeht, da wieder auch mit ihren Services verlieren könnten? Es ist im Moment recht schwer vorstellbar, aber, also, Google müsste schon eine ganze Masse an Fehlschritten machen und sich da eine eigene Grube graben, um da wahrscheinlich so fatal hineinzugeraten, dass jetzt Samsung als einer der wahrscheinlich, ja, absolut größten und hauptentscheidenden Google-Android-Anbieter da wirklich die Reißlinie zieht. Und für Samsung gibt es, glaube ich, im Moment auch überhaupt keinen Anlass, da die Reißlinie zu ziehen, weil solange damit Geld verdient wird in großem Stil und Masse an Geräten loszubekommen ist, warum sollten sie sich davon, warum sollten sie sich davon ablösen? Man könnte schon auch sagen, dass irgendwie man in Asien sieht, in China, dass einfach dort die Google-Dienste auf den Geräten nicht stattfinden. Und das möchte Google vermutlich in der westlichen Welt verhindern, dass Samsung überläuft sozusagen oder wegläuft. Aber ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da nennst. Also, gerade die Dienste sind halt schon was, was viele Kunden benutzen. Und ich glaube schon, dass das zum gewissen Grad Kundenbindung macht. Das Wichtigste ist ja offensichtlich, eine SMS zu verschicken, siehe WhatsApp. Ja, ja, klar. Das stimmt schon. Ja, ja, aber ich meine, wie viele Leute haben irgendwie einen Gmail-Account? Und wie viele Leute benutzen halt Google als Suchprovider und die kämen nicht auf die Idee, irgendwie Bing oder sowas zu benutzen? Ist schon irgendwie essentiell. So, mal sehen, wie das weiter verläuft. Interessant war ja durchaus, dass, als Google jetzt Motorola wieder abgestoßen hat, dass anscheinend ein paar Tage vorher oder einen Tag vorher sich mit Samsung zusammengesetzt wurde und denen so ein bisschen scheinbar auf die Finger geklopft wurde, dass deren Designrichtung, die sie da angestrebt haben, so ein bisschen ab von Googles Standard-Android-Layout, dass ihnen gesagt wurde, das fänden wir nicht so cool. Wir geben jetzt hier unseren Motorola ab und so, aber wir wollen, dass ihr, es klang zumindest so, dass anscheinend sie da so ein bisschen im Zaume gehalten wurden. Mal gucken, ob sich das weiter so durchsetzt, weil es ist ja durchaus interessant, wer der stärkere Partner ist. Also es ist unklar. Es gibt so viele vermischte Signale davon. Also ich meine, Samsung hat ja durchaus, haben wir auch schon mal, glaube ich, darüber gesprochen, es gab so eine schöne Übersicht von, was Samsung an Google-Programmen einfach alles nachgebaut hat, die einfach genauso aussahen und so. Ich glaube schon, dass Android ganz stark, so wie wir es kennen, davon profitiert, dass da einfach die Google-Dienste drauf sind und dass das auch die populären Applikationen sind. Es gibt ja, es gibt beispielsweise diesen Android-Browser, der so aus alten Zeiten noch dabei ist, aber eigentlich willst du Chrome benutzen auf den ganzen Geräten. Also Chrome ist schon der Dominierende mit dem ganzen Schnick-Schnack wie Tab-Sync und solchen Geschichten. Also, ja, also dass sie jetzt das Tyson auf ihre Smartphone, ich habe mir drei vorgestellt davon, dass sie das irgendwie draufschmeißen, okay, was aus diesem Smartphone-OS wird mit Tyson, das ist durchaus interessant. Und das ist halt irgendwie gerade ein Kräftemessen, weil Google sehr viel daran gelegen ist, dass sie diesen Hardware-Partner weiter haben. Und ich glaube, auch Samsung ist viel daran gelegen, dass sie die kontinuierliche Weiterentwicklung von dem Betriebssystem bekommen und weiter Geräte verkaufen können. Sie haben halt, Samsung hat ganz andere Probleme. Die haben beispielsweise in Indien ein starkes Problem, dass sie einfach ganz viele Feature-Phones verkaufen, also von ihren Feature-Phones. Die verkaufen einfach eine so breite Palette an Telefonen und beispielsweise im großen Markt Indien ist es jetzt so, dass sie da nur diese preiswerten Dinger verkaufen, die so gut wie kein Geld bringen. Also die haben an ganz anderen Fronten noch zu kämpfen, als sich mit Google auf ein Duell vielleicht einzulassen, was das Betriebssystem angeht.